Fahrt durch Brünn Nach den beiden Unterführungen über die Brücke und gleich rechts in den Singel entlang des Flusses. Nichts! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nach dem Bahnhof nicht rechts abbiegen, sondern auf Gehsteig unter Rechtskurve folgen. Vorsichtig auf die Straße wechseln und bei der ersten Ampelkreuzung gerade weiterfahren. Bei der zweiten Ampel links abbiegen und schräg auf Gehsteig wechseln. Nach der Feuerwehr die Rampe auf die Brücke nehmen. Und die Abfahrtsrampe zum Singlen neben der Autobahn nehmen. Und die Brücke nehmen. Und die Brücke nehmen. Weiter vorne etwas links hinauf zum Singlen neben der stillgelegten Bahnstrecke. Und die Brücke nehmen. Und die Brücke nehmen. Und die Brücke nehmen. Die Brücke nehmen. Und die Brücke nehmen. . Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Entlang der Svitava in Brün. Vielen Dank. 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 Svitava Brücke. Svitava Radweg. Vielen Dank. Und der Stand. Svitava Brücke. beim Bahntunel. Svitava Brücke. Svitava Brücke. Svitava. Svitava Brücke. 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 Svitava Br Westminster. Svitava Brücke. Vielen Dank. Vielen Dank. Von der wird er ein Schaf links abbiegen. Waldweg. Vielen Dank. Beim Haus rechts abbiegen. Straße nach dem Schranken queren. Und links halten. Danke. 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 Vielen Dank. An der kleinen Lichtung halten wir uns rechts. An der kleinen Lichtung halten wir uns rechts. In der Folge biegen wir bei zwei Kreuzungen links ab und bei Teilchen vorbei nach Brünn zurück. An der kleinen Lichtung halten wir uns rechts. Chol. An der kleinen Lichtung halten wir uns rechts. Vielen Dank.